Hallo, hier ist Nicole von Nicoles Kartenwerkstatt. Ich zeige euch heute, wie man so eine Boxgutscheinkarte macht. Und zwar ist das raffinierte an der Karte, wenn man die Mandarola abnimmt. In dem Fall habe ich ein Band genommen. Das kann man einfach so abziehen. Dann braucht man das nicht immer neu binden. Dann klappt sich die Karte auf. Ein Weihnachtsfonds für dich steht hier drin. Und das ist wie eine kleine Box. Und da kann man halt Geld reintun oder einen Gutschein, was auch immer. Ja, diese Boxen sind sehr beliebt und ich bin gefragt worden, ob ich da nicht mal eine Anleitung dazu machen kann. Und deswegen möchte ich jetzt mal eine kleine Videoanleitung dazu machen. So, ihr bekommt von mir auch noch eine schriftliche Anleitung, in der die ganzen Maße stehen. Wenn ihr mir eine E-Mail schreibt an nd.nicoleskartenwerkstatt.de Hänge ich dem auch noch bei. Als erstes braucht ihr einen Farbkarton in 8,5 x 10 Inch. Ich habe jetzt ja hier so einen DIN A4 Farbkarton genommen. Wenn man das hier jetzt anlegt, bei 8,5 ist es ein bisschen kürzer hier. Es macht aber nichts. Also die Breite von einem DIN A4 Blatt und dann auf 10 Inch kürzen. So. Diesen falzt man dann an der langen Seite bei 2 Inch. So, jetzt ist das Schneidemesser ganz nach außen. Bloß nicht schneiden. Bei 2 Inch. Bei 3,5 Inch. Bei 6,5 Inch. Das ist jetzt hier so ein bisschen unglücklich auf diesen abgeschnittenen. Und dann bei 8 Inch nochmal. Und dann auf der kurzen Seite falzt ihr das jeweils bei 1,5 Inch. So. 1,5 Inch. Und dann einfach nochmal umdrehen. Die andere Seite auch bei 1,5 Inch falzen. So. Nun habt ihr hier verschiedene Falzlinien. Das sieht man wahrscheinlich sehr schlecht in dem Video. Ich falze jetzt alle mal nach, damit ihr die seht. Später sieht das dann so aus. Ich muss das also noch ein bisschen einschneiden. So. Also, falzen wir die mal nach. Und zwar wird das hier so zickzackförmig für die Box gefalzt. Also bei der ersten Linie von der Box Innenseite nach innen. Und die zweite lange Falzlinie. Dann dreht ihr das Papier nach außen. Damit ihr hier schon mal so ein bisschen diese Boxformen bekommt. So. Wie rum wir das Falz? Das ist eigentlich egal. Ich mach das jetzt mal so rum. So, dass man die Linie nochmal deutlicher sieht. So. Wir müssen da noch einen weiteren Falzschritt vornehmen. Und zwar markiert ihr euch jetzt einen Punkt bei 5 Inch. So. Jetzt habe ich hier kein genial. Aber wir haben ja hier eins. Und zwar. Auf der Höhe von 5 Inch macht ihr hier eine kleine Markierung in die Mitte des Blattes. und auf der anderen Seite auch. Ich mach das jetzt hier mal mit der Schere, weil ich nicht aufstehen möchte und den Stift holen. So. Das hier ist eine kleine Markierung in der ungefähr in der Mitte des Blattes. Also genau in der Mitte des Blattes. Das ist ja 10 Inch. So. Und von dieser kleinen Markierung zieht ihr jetzt eine Falzlinie einmal hier und einmal hier runter. Dass es so ein kleines Dreieck gibt. Das ist dann später bei der Karte dieses Dreieck hier, wo sich das einklappt. So. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Nochmal als Grafik. Also hier zieht ihr jetzt zwei Falzlinien von der Mitte bis zur nächsten Falz hier an der Ecke. So. Könnt ihr auch mit dem Falzbrett machen. Falz im Schneidebrett. Das ist ganz gut möglich. Dann müsst ihr halt gucken, dass die Markierung in der Linie liegt. Und hier auch dann. So. Einmal so. Ihr könnt das auch mit einem Lineal machen. Und wenn ihr so ein kleines Handfalzgerät habt, könnt ihr das damit auch machen. So. Jetzt mal gucken. Und auf der anderen Seite wie gesagt auch. Ihr müsst eure Markierung nochmal suchen. Hätte etwas größer ausfallen dürfen für kurzsichtige. So. Und dann ab der Schnittlinie, wo sich diese Falzungen überschneiden, da ist so ein kleines Kreuz bis zur Markierung. Das legt ihr euch da schön ein. Setzt an diesem Kreuzchen da an. Und zack. So. Alles klar. Jetzt habe ich da auch diese Dreiecke noch. Jetzt kann das Schneidebrett erstmal zur Seite. Und jetzt. Genau. Das falzen wir nachher. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. So. Diese Quadrate hier außen können alle komplett weg. Könnt ihr jetzt mit der Schere abschneiden. Und ihr könnt eigentlich auch schon ganz durchschneiden, weil das gibt dann die Klebelaschen hier noch. So. Also ihr schneidet das Ganze hier durch und schneidet dann das erste Rechteck ab. Sodass hier nur noch so eine kleine Klebeflasche bleibt. Und damit man die später nicht so sieht, mache ich das immer ganz gerne, dass ich da so kleine Dreiecke links und rechts noch abschneide. Damit man die Kanten später nicht sieht. Ich zeig euch das gleich. So. Schneidet da nur links und rechts ein kleines Dreieck ab. Und wenn man das dann zusammen klebt, dann gibt es oben keinen überlappenden Rand. Das macht ihr jetzt an allen vier Seiten so. So. Einmal hier reinschneiden. Das Rechteck abschneiden. Nochmal Dreiecke abschneiden. Und auf der anderen Seite ebenfalls. Schön an der Falzlinie entlang. Einschneiden. Großes Rechteck abschneiden. Mal hier das ein bisschen verschönern. Und auf der letzten Seite auch beim Marken gerne vorspulen. Ich kann das hier leider nicht. So. Letztes Rechteck. Wir haben das gleich geschafft. So. Jetzt kommen wir auch ein bisschen besser an unsere Dreiecke da in der Mitte. Wir können jetzt schauen. Wir können jetzt hier in die Mitte umlegen. Links und rechts nach oben. Warte mal. Warte mal. Habe ich das jetzt richtig rum? Okay. So. Dann könnt ihr das jetzt mal hier so in die Mitte falten. So. Und das hier ebenfalls. Und wenn ihr das dann hier alles zusammen klebt später, dann seht ihr schon, gibt das diesen Mechanismus. ganz einfach hier in die Mitte falten. So. Ich klebe diese Laschen immer ganz gerne in die Innenseite, damit das auch außen ganz hübsch aussieht. Und dazu nehme ich Tombow. Man kann auch das doppelseitige Klebeband nehmen. Aber wenn das erstmal klebt, dann klebt das. Dann könnt ihr nichts mehr korrigieren. Und ich finde das mit dem Tombow angenehmer. Wenn solange der feucht ist, kann man noch ein bisschen hin und her ruckeln. Wenn man sich da nicht vertan hat. Also ordentlich Kleber auf alle Laschen drauf. Nicht zu viel. Sonst schwappt das über später beim Zusammenkleben. Der Tombow hält auch so ganz super. So dass man so an allen Kanten ist. Und dann klebt man das zusammen. Damit die kleine Box entsteht. So. 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 Dann müssen wir nochmal andrücken. Solange der feucht ist, geht der manchmal nochmal ein bisschen ab. Mal alle vier Seiten festdrücken. So. Und dann habt ihr eure Box eigentlich auch schon fertig. Ne? Wenn ihr da jetzt so zusammenklappt, funktioniert das schon mal alles ganz gut. Wenn ihr noch einen Gruß in die Innenseite schreiben möchtet, könnt ihr einen Einleger in, jetzt habe ich das in Zentimeter ausgemessen. 7,2 x 12,9 cm aus Flüsterweiß schneiden. Falls ihr da noch einen netten Spruch reinstempeln möchtet, wie ich hier. Ein Weihnachtswunsch für dich. Solltet ihr das vor dem Aufkleben tun. Weil manchmal geht das Stempeln schief, der Stempel verrutscht und dann ist die ganze Box im Eimer. Deswegen also jetzt stempeln. Wenn es nichts geworden ist, habt ihr noch die Seite 2. Und wenn es euch dann gefällt, dann könnt ihr das ebenfalls mit Tombow festkleben und in die Box hier hin tun. So. Dann habt ihr die Innenbeschriftung auch. Ich mache das mal jetzt hier nicht. Jetzt geht es an die Dekoration der Seitenteile. Ich habe hier das Designerpapier Zuckerstangenzauber genommen. Und zwar zwei Stücke. Die sind jeweils 12,8 cm lang und 4,5 cm breit. Und die klebe ich hier auf die Seiten drauf. Die könnt ihr mit Snail befestigen oder wieder mit dem allseits beliebten Tombow. Den mag ich irgendwie am liebsten. Fällt auch immer super. So. Wie gesagt, man braucht nicht viel Kleber. Sonst kommt der an den Seiten womöglich raus. So. Dann zielen und treffen. Man hätte das auch schon vor dem Zusammenkleben der Box auf das flache Teil kleben können. Aber so denke ich, könnt ihr euch das jetzt besser vorstellen, wo da was hingehört. Wenn man das plastisch vor sich sieht. So. Das Teil auch noch da drauf. Und wie gesagt, bei dem Tombow ist das schön. Und man kann das noch so ein bisschen hin und her rückeln, solange der feucht ist. Wunderbar. So. Ja. Jetzt sind wir auch schon fast fertig. Was jetzt noch fehlt, ist eine Banderole. Ich hatte bei der Rentierbox, hatte ich ja so ein Band einfach drum gemacht. Nun tun sich viele schwer mit der Schleife. Die Kollegin hat im letzten Blockhop eine Schleifenerklärung erstellt. So. Da das auch nicht jedermanns Sache ist, wie gesagt, gibt es auch eine Variante mit einer Banderole. Für die Banderole habe ich auch ein Stück Kartstock in Brutrot genommen. Passend zum Kartenhintergrund. Die Banderole ist 23,5 cm lang und 4 cm breit. Und wenn man die schon vorpfeifen möchte, dann habe ich mir hier ausgemessen, dass es bei 6,6 cm ganz günstig ist. Ich muss da ein bisschen fummeln. Bei 6,6. Das macht es mal so ganz leicht. Und bei 16,9 cm. Das ist ein bisschen schwierig hier. Zum abgeschnittenen. Wir gucken mal. So. Und dann am besten, ihr legt sie am besten hier einfach drum. Und knickt die links und rechts ab. So. Müsst ihr nicht unbedingt vorfalzen. Es geht dann ein bisschen einfacher. Und dann schaut, dass es auch ein bisschen spiel ist, dass man die gut auf- und zuschieben kann. Wenn ihr zufrieden seid, dann klebt sie fest. Dazu nehme ich jetzt doch doppelseitiges Klebeband, weil das hält diese starke Spannung einfach sehr gut aus. Ich mache dazu einen Streifen hier drauf. Das lässt sich ja auch super abreißen. Und dann nochmal da vorne einen Streifen drauf. So. Lass mal die Schere nicht verschmutzen. Und nochmal ein bisschen fest zogen. So. Jetzt zieht man das ab. Wie gesagt, also ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu straff ist, die Banderole. Sonst kriegt ihr die später kaum noch von der Karte ab. Wird schon ein bisschen lockerer. Wenn man das nämlich dann einem Nicht-Bastler schenkt, die gehen etwas grober teilweise mit den Sachen um. Das muss man immer berücksichtigen, dass der Beschenkte vielleicht nicht so zart abzieht. So. Jetzt geht es eigentlich ganz gut. Und als Verzierung der Banderole habe ich schon was vorbereitet. Und zwar habe ich das Gastgeber-Set genommen. Das heißt fröhlich aufgelegt. Und da habe ich diesen und diesen Stempel rausgesucht. Auf dem einen ist so ein schöner Spruch. Liebe Feiertagsgrüße zur schönsten Zeit des Jahres. Und von dem anderen fand ich die Mitte schön. Von dem Lustig Tralala, da habe ich nur das mittlere Teil genommen. Ich habe den großen Stempel hier mit Glutrot auf Flüsterweiß gestempelt. Und den anderen mit Espresso. Weil das die Farben sind, die hier enthalten sind. Als kleiner Tipp, wenn ihr Designerpapier nehmt, da steht ja immer auch auf dem Block hinten, welche Farben in dem Papier enthalten sind. Und da könnt ihr euch auch danach richten, welches Cardstock dann dazu passt. Und welche Stempelfarben. Und da macht ihr nichts falsch damit. Und weil mir jetzt zu dem Muster mit den Lebkuchen dieser Zweig da in der Mitte nicht so gut gefallen hat, habe ich wie gesagt aus dem anderen noch was ausgeschnitten. Und habe da so einen kleinen Donut oder was das ist. Einen kleinen Kringel mir ausgestanzt. Und zwar habe ich da die Framelits schlagenweise Kreise dafür benutzt. Damit das hier so einen hübschen Rand bekommt, habe ich hier einen Kreis mit dem geriffelten Rand genommen. Man muss einen relativ großen nehmen. Man wundert sich damit das Weiße auch noch schön zu sehen ist mit den kleinen Perlen. und für das hier habe ich den kleinsten glatten Kreis zum Ausstanzen genommen. So, und das macht man ganz einfach mit einem Dimensional dann aufeinander fest. So, einfach in die Mitte. Und jetzt mal gucken, wie rum man das lesen kann. Sodass dann das Schleifchen von dem Kringelchen oben ist. Wunderbar. So, und das macht man wiederum auch mit einem Dimensional fest. Da reicht auch einer in der Mitte. Mehr braucht man da eigentlich nicht. Und nun hatte ich auch noch zwei Lebkuchenmädchen ausgestanzt. bevor ich das draufklebe. So. Ich klebe das schon mal fest. Die Bandarola an sich ist fertig. Und weil das ein bisschen netter mit Lebkuchenmädchen ist, kann man auch noch welche dranhängen. Ich habe die in Savanne und Espresso gestempelt und dem einen noch eine kleine Schleife dran gemacht. Und damit man die da schön dranhängen kann, kann man die Handstanze mit dem kleinen Loch durch den Kopf schießen. Ist ja ein bisschen brutal. Achtung. Kinder weggeguckt. So. Man macht hier ein kleines Loch in den Kopf. Und dann hat man einen wunderbaren Geschenkanhänger. Das macht man bei dem auch. Diese Stanze, die hält man übrigens noch so rum. Also das hier nach unten. Und das Papier, das kommt dann hier dazwischen. Falls ihr so eine Stanze habt. Ich habe mich schon öfter gewundert, wie man das richtig macht. Und man kann sie auch entleeren. Jetzt ist meine bestimmt voll. Ich habe da nicht geplant, das euch zu zeigen. Und zwar kann man hier unten das nach unten drücken. Und dann kann man die Papierreste auskippen. Wie beim Locher. So. Ein kleiner Handlocher. Es ist eine schöne Sauerei auf meinem Basteltisch. So. Ein zweites Loch noch in das Männchen hier. Das ist ein bisschen Abstand so. Und dann kann man da einen Leinfaden durchziehen. Und das Ganze jetzt hier noch anbringen. So. Mal gucken. Wenn das schön hält. Ich habe das jetzt einfach hier um den Dimensional da so drumrum gemacht. Lass da ein bisschen Schnur damit man die Kerlchen noch sehen kann. So. Genau. So. Auch nicht zu viel. So. Dann kann man die Banderola ein bisschen höher machen, wenn die nur zu lange geworden ist. Oder müssen sie noch mal ein bisschen kürzen. Und mit dem zweiten macht ihr das dann genauso. Und dann habt ihr zwei lustige Anhänger noch an eurer Box. Alles klar. Und wie gesagt. Das ist eine schöne Verpackung für ein Geldgeschenk. Wenn man das dann aufmacht. Zeige ich euch nochmal, weil es so schön ist. Diesen Effekt. Ganz wunderbar. Wird immer gerne genommen für Weihnachten. Weil man ja auch immer nicht weiß, was man schenken soll. Perfekt. Und einfach Geld so ein Umschlag. Ist ja auch recht langweilig. So. Dann hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Und wünsche euch viel Erfolg beim Nachbasteln. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ja. Das war Nicole von Nicole's Kartenwerkstatt. Und einen schönen zweiten Advent. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.